Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Rocket League Video. Es wurde sich mal wieder Rocket League gewünscht, deswegen bin ich jetzt Rocket League. Ich bin wieder hier, wie man sehen kann, rum Rumble, wieder auf zufällig, 2-2, auf Anfänger sind die, und dann machen wir bei Intim-Stellung, haben wir richtig Blau und Orange, und dann machen wir bei Blau die Farbe auf ein Orange. Menschlich gesehen, ziemlich abstoßend. Boy, that escalated quickly. Okay. Wenn du jetzt also Orange und bei Orange auch Orange hast, ist das relativ scheiße, sag ich mal. Das wird bestimmt sehr lustig. Dann die Mutatoren lassen wir mal so hier auf Standard. Sehr toll, ich spiele das Spiel, und es lädt. Das wird auch bestimmt... Na, toll, ja. Okay, die Farbe ist jetzt leicht anders, aber es ist auch nur nicht so viel anders. Man kann das hier sehen, das ist ein bisschen dunkler, das Originale. Ist aber auch egal. Dann gehen wir automatisch noch ein Team rein, und haben jetzt die zwei Teams. Was ist los? Oh, geht das von schlecht? Ja, ich habe lange keine Rocket League mehr gespielt. Ist schon ein bisschen her. Ich habe aber allgemein kein Playstation lange nicht mehr gespielt, weil der Ball ist eingefroren. Hä, what the fuck is this? Oh shit. Oh, lol. Nein, nein, das andere Tor, das war das Tor. Ich dachte, ich muss da... Hä, welcher Typ bin? Bin ich jetzt hell oder dunkel? Es ist komplett scheiße, wie hab ich das getan. Fuck you. Okay, wow. Das ist eine neue Spezialattacken, hier unten rechts da. Das sind die Spezialattacken, und es gibt anscheinend zwei neue bis jetzt gesehen. Vielleicht ist er noch mehr, ich glaube nicht, aber... Ähm, weiß es nicht. Ich hätte ihn jetzt ange... Okay, ist auch egal. Die Kappbrude, komm, mach's mir nicht mal zum Vorherschein, hier. War letztes Mal nicht, aber ich habe ein Tor gemacht. Nein, das zweite Tor. Ach, Mann. Wieso habe ich denn sowas getan? Nicht dummes Kind. Wieso? Ah, ich bin ein dunkelblau und orange, und ich muss ein zellblau. Ich bin schon wieder scheiß schlecht. Dunkelblau und orange. Das kann doch nicht sein. No, no, no. Boah, okay. Da steht gar nichts mehr. Oh, okay. Eine Wand. Amazing. Ähm. Ah, ist klar. Das war dann irgendwie gar so ein Power-Schuss oder sowas. Oh, shit. Mann, das... Hey, Tag. Ich wollte nur ganz kurz mal hinterher explodieren, und dann fliege ich weg. So war das geplant, nicht? Ich... Oh, ich... Ich weiß ja... ...kann es halt falsch. Ich muss gehen. Also mal gucken, welches Team bin ich in bei euch gerade? Ich habe sie wieder vergessen. Und jetzt so fell... So fälle spielen, glaube ich, oder? Oh, shit, dann saugnabends. Jungs. Mä. Shit, ihr... Oh, ein Tor. Ein Tor. Ich habe ein... Tor. Ja, war das hier im Tor richtig? Ach so. Das hat nur der andere mit dem... ...Dings weggezogen, dass der das kommen hat. Und ich, weil ich ihn mal über ein Tor habe. Ja, nice. Ich dachte, ich hätte mal ein Tor gemacht gerade. Das ist ja mal super. Ich bin menschlich gesinnt. Wow. Ich dachte schon, ich bin komplett dumm, aber ich war nicht komplett dumm gewesen. Ich war nur ein bisschen dumm. Und der Ball. Ah, knapp. Sehr, sehr... Ah, alles klar. Er hat komische Stacheln. Sie sind für lustig. Da hast du leider in unser Dreck stecken. Bleibt ihr dann da, weil das lustig ist. Weißt du nicht. Ich bin aber verlass' jetzt. Ich mache nicht für sie den Ball. Ich glaube nicht. Vielleicht muss ich dann an der Rand verlangt. Das ist vielleicht, weiß ich es. Das ist gut, was schlecht. Dann muss ich dann vielleicht mal noch ein Tor machen, weil hier... Das geht so nicht. Hier, Pescher. Habt ein Wann. Okay. Oder halt auch nicht. Okay. Vielleicht sollte ich nicht noch einen Eindruck machen. I don't think that would be great. So, ähm... I'm explodiert. Nein, doch! Ja, I can't speak English very well. Definitiv nein. Yes, that was everything I wanted to say. Ähm... Ja, wow. Er hat das doch gemacht. Was ist das denn? Wow! Das stimmt, ja. Ich hab ihn da, der hat den Hollywood-Team-Bruz. Und dann hab ich den mal getauscht mit Hollywood. Und dann hab ich das doch gemacht. Gangster! Ich soll schreien, alles klar. Er hat leicht übersteuert. Vielleicht könntet er euch was verholen. Das war jetzt sehr toll. Das sieht labrig sehr, sehr schlau an. Wenn das so übersteuert, dass man mir dann so ein Kompressverkauf anstatt ein Mikrofon mal möchte. Das Mikrofon genannt, ganz klar. Das ist die Übersteuerung. Also finde ich, jetzt müssen wir... Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich mir kaufen soll irgendwann. Wenn ich genug Geld habe. Also... mit einem PC dauert das noch ein bisschen, bis ich mir was kaufen will, was aufkast kaufen kann in der Hinsicht von YouTube. Weil PC ist ja eigentlich schon in der Hinsicht von Gaming, damit ich das nicht so gelegt habe, dass ich das streamen machen kann, aber ich muss noch ein PC kaufen, weil ich kann ja auch schon... Also ist der PC auch schon YouTube-Zeugs. Ein bisschen so... Also ist das... Ja, es ist... Aber ich muss ja auch so fassen, und ich fasse was anderes. Vier. Ich weiß noch nicht, welches... Wir müssen ins... Helle Tor, glaube ich. Was ist denn das Helle Tor? Ist das Helle oder so? Das ist... So verwirrend! Wieso ist das so verwirrend, Mann? Wieso habe ich sowas getan? Ich tue das kennen. Aber könnte ich auch mal machen. So ein toller Challenge. So eine... Ich mach die Farbe von beiden Teams gleich Challenge. Krasser Name. In der Tat! Fuck, nein! Ich hab dir getauscht. Ah! Tor, 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 oh! Okay, da war ein Ternado. Da war ein Ternado, alles klar. Aber ich denke, die können nicht mehr gewinnen. Deswegen auch ein Tor schießen würden. Was ja, glaube ich, auch unwahrscheinlich ist. Wenn wir ein 2 zu 4 hatten. Haben die auch nicht gewonnen. Also theoretisch, man kann schon gewinnen. Ich hätte auch mal... Man kann ja auch in 3 Sekunden 3 Tore schießen oder so. Ich weiß nicht genau. Also bei meinem Spiel sind nicht 3 Sekunden, das sind halt 3 Spielsekunden. Indem die das schaffen. Aber nochmal jetzt mal... Wir können auch ein Tor schießen, sogar noch. Das war halt knapp. Ich bin dumm. Aber naja. Na gut, das war's jetzt schon. Gewinner ist auswärts. Das sind wir jetzt auswärts. Ich hab gewonnen. Dem Hound-Typ. Nein. Der zum Riesen. Hier liegt auf dem Kopf. Das ist sehr toll. Ja, okay. Das war eine richtig krasseste Runde jetzt. Die ist jetzt nicht so extrem lange, aber... Weil das wurde gewünscht, jetzt, dass ich das so mache. Und das hab ich jetzt gemacht. Und deswegen ist das sehr toll. Genau. Würde ich sagen... Lasst auch. Bleibt da. Und tschüss. Das war's.